liebe fußballfans willkommen hier zu diesem spiel mein name ist wolf fuß und ich werde diese heutige watte zusammen mit frank buschmann kommentieren dynamo kiev gegen shamrock rovers also ich freue mich auf dieses spiel wolf ich glaube das wird unterhaltsam und das wird hochklassig der schiedsrichter pfeift dieses spiel an dann lopez es müsste mal eine zündende idee kommen da ist die balleroberung auf außen ist jetzt platz da ist der ball weg schön dazwischen gegangen ballverlust da ist ein gefährlicher steilpass das war nicht gut vor ab und da ist der ball zum ersten mal im netz so da hätten wir also das 1 zu 0 mal sehen wie es hier weitergeht dann jetzt ist gefährlich jetzt hat er den ball guter steilpass sie spielen den ball hoch ball ist unterwegs riesen chance sie haben diese partie jetzt doch mehr oder weniger im griff sieht im moment gut aus und das tor gibt natürlich zusätzlich selbstvertrauen spiel stand 20 im moment läuft es natürlich für sie die gastgeber haben so ihre probleme beim ballbesitz aber die führung spricht ja für sich sie machen trotzdem was sie wollen in diesem spiel nutzen die chancen die sich ihnen bieten das ist eine engagierte und klemmere leistung bisher es bleibt erst mal weiter gefährlich können sie sich befreien exzellentes zweikampf verhalten dennis popov das ist gut sie unterstützen den ballführenden spieler jetzt ist der angriff doch gestoppt der gegner hat den ball gäbe jetzt durchaus einige anspielstation im moment kommen sie nicht richtig durch die abwehr steht gut der ball erst mal raus gut gemacht oder falls ganz wichtig da muss er der ball macht er gut das ist der treffer ja 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 die erste hälfte haben sie komplett verpennt drei treffer müssen in durchgang zwei aufgeholt werden richtig gute partie heute von ihm starker auftritt von ihm er versucht aus allen lagen durchgang zwei hat begonnen den ball gibt er erstmal nicht her schöner pass jetzt vielleicht der ball kommt was macht er draus guter einsatz das war wichtig lopez sie haben den ball keine gute aktion gefährlich eine starke parade schön erst mal jetzt den ball besitz verteidigt tolle parade und da dürfen sie sich bei ihm bedanken das wäre um ein haar der treffer gewesen platz zum kontakt tolles zu spiel er holt sich den ball schönes zu spiel hier er kann diese situation so gerade noch entschärfen da ist er einen tic früher zu stelle hat das war knapp le so so das so 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 López. Finn. Die Gelegenheit. Die Chance. Sie machen zu. Ah, das war wichtig. Acht Minuten jetzt noch. Jetzt können sie den Konter ansetzen. Da ist er alleine durch. Super gehalten. Aus dieser Entfernung. Toller Reflex. Perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Jetzt wird es hier Auswechslungen bei beiden Mannschaften geben. Da kommt die Ecke. Er kommt an den Ball per Hechtsprung. Klasse gemacht. Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Und das macht ihn als Keeper so stark, dass er solche Szenen liest. Sieht gefährlich aus. Jetzt können sie es machen. Die Gefahr scheint erstmal bereinigt. Das war ein hervorragender Zweigampf. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Und das war es für heute in diesem Spiel. Die Gastgeber dürfen sich also über einen Sieg freuen. Deutlicher Sieg also am Ende. Große Mühe hatten sie hier eigentlich nicht in dieser Partie. Dafür war der Gegner alles in allem dann doch zu schwach. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer. weil sie hier leer liar sind, nicht für darüber geht. Das ist alles.